Untertitelung. BR 2018 . Die Gegend! Die Gegend! Die Gegend! Applaus Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen, Jürgen! Aurobüttel, Königin Nummer 21, objektes, erstes Aurobüttel, vierstil, hoff. Jürgen, 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 Jürgen Die Ich muss das mal so sehen, jetzt sind wir schon mal gut, ich bin jetzt verdammt. Aber ich bin jetzt schon mal gut. Marco Limenti! Wir haben es wirklich schicken weg. Wiesbett! 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 Wiesb Ein Blut ist vor. Das wirkert mir blond oder was? Ja, da war von der Seite. Keine Ahnung, war ja aus. War klar. Nee, das will ich nicht. Und die Saison war ich mal nicht laut. Als Beispiel, der jetzt wieder runter ist, ein bisschen erstaunlich ist, den hat er quasi aus Würzburg, aus Düsseldorf geholt, war das Tropfen, der in Düsseldorf nicht unter ihm ist. Sind die Leute noch mitgegangen aus Würzburg? Der war doch erst bei Würzburg, ne? Genau, der war gemeinsam bei den Würzburg-Aufnahmen. Komm morgen! Reset! 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 Und Frau Jürgen war er nicht so sehr. Ich wollte jetzt sagen, dass ich alles auch ein bisschen schrauben bin. Richtig! 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 Ja! Richtig! Ja! Es hat mich nicht nachgeholt. Ja, weiß ich nicht nachgeholt. Sie kommt jetzt auf. Das ist die Grauenstrecke, der da ist. Der ist noch ein. Du, Rade! 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 Du, Rade. Du, Rade! Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 Schiefer! 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 Das ist ein ziemlich kleines Bild! Und Glückwunschung! Erste Runde auf! Knappeentscheidung! Sehr knapp! Sehr knapp gerade! Ich habe jetzt in Deutschland Spiele gesehen, der Reiflust, also den Teil hat, der hat das gleiche Vorhang genommen, indem er nur so stand und dann gefallen ist. Also quasi nur hängig unter. Die beiden beiden standen und das auf den Vorhang genommen. Das meiste war typische Faktik-Presse, ne? Pressen und Offensiv vor allem. Das ist ja schön jetzt die Aufstellung. Ich meine, das ist fast ziemlich groß. Ich meine, das ist fast ziemlich groß. Aber es sind beide schon ziemlich gefahrende Spieler, und trotzdem relativ zu sehen. Ja! Das ist ein großartiger Ständer. Und jetzt kommen wir jetzt hier vorhin zu spät. Und dann hat er eben noch die Faktik-Presse gemacht. Und macht Ries, man kostet das hier nach vorne. Das ist die Faktik-Presse. Und er hat die Klingel zu glauben, ich glaube ich ja. Aber es war ein sehr nebenher, das stellt sich mein viernd ... aber es war die Faktik-Presse. der Klingel im St. Faktik-Presse. Wir waren noch eine Wege und die Faktik-Presse. Wir waren noch eine Wege dieser Lunde. Aber es war eine Wege der Lunde. Wir wollen uns damit an, Wir wollen Sie geben Sie! Wir wollen Sie gehen. Timo ist ein WM-A-P-Solo, der ist ein WM-A-P-Solo, ein Schicksal, der weh geblieben ist zu. Die Kampflanzkarte, die ist ein WM-A-P-Solo, die ist ein WM-A-P-Solo. Aber weiter geht jetzt. Hier ist die WM-A-P-Solo. Hier ist Kattingen. WM-A-P-Solo! 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 Da ist die Schnauze, die Papierer. Frau Lukas, Nummer 10, Patrick Grover-Masters. Herr Lukas, hallo. Wer ist die Baskin? Was? Die Röder ist nur ein bisschen der Nächste. Ich glaube, ich habe es nicht mehr. Die Röder ist nicht mehr. Okay. Fertig? 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 Lecker. Fertig. 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 Auch dagegen. Wir sind gegen Nummer 21. Auch wieder geht's. Der letzte Verschiede ist auch. Einigefangen haben wir auf die Auge. Hast du die Punkte? Dadurch, dass du das typische Setplay hast. Die sind ja eigentlich bei beiden Teams Soldaten, oder? Wobei Götting eigentlich schneller spielt. Wechseln die drei richtig schnell. Komm, ich schließe jetzt hier. Bobby Davis! Ja! 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 Ich glaube, er ist gestartet, er war beim Drumboard. Ich glaube, er ist gestartet, er ist gestartet, er ist gestartet, er ist gestartet. ...pfte, er ist gestartet, er ist gestartet. Sie sind 24. Sie sind in der letzten Saison. Daher geht es ein Rost. Es wird Marco Rivali. Sie sind ein Rost. 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 Freize! Freize! Hier ist der Torwart Lüthel! 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 Der Kopf-Tipp von Jörgingen-Germanns Ademann-Marie Stieg der Rüthel-Edwards Erste nötigste Spannung Lüthel-Edwards Ich muss Louden-Arme nachgehen! Grrr. ihm steckt Herr Rüthel- … Luckily wirfchreiche 1-3 kommt in die erste halbe Zeit. Auf geht es euch in Power! Auf geht es euch in 1-43! Der kommt in die nächste Halerich-Faul. Die für Matthias-Faul ist die Musik von Robert. Die Jungs hat auch die nächste Halerich-Faul. Die Jungs hat auch die nächste Halerich-Faul. Der Junge Samos. Defec, 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 defec. Befass! 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 Wann können wir den Wüchsel erklären? Spor? Für, wer ist der Hund angegangen? Vollwitz, glaube ich. Ach so, kein Faul mehr ist, genau. Januarke Zellner! Befass! 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 Für, wer ist der Hund? Für, wer ist der Hund? Ich bin der Hund. Wir sind jetzt hier. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Ja. 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 Ich hab also gedacht, dass du immer wieder in den Kopf hast. Das ist schon mehr so. Das ist schon eine höhere Stufe des Gesamts. Das hast du halt gemeint. Und jetzt, wenn du zum Artenkling hast, hast du halt so eine Bequirkflüge. Hier ist die Frau Stimme der Regis Eros. Und David Dürbäuer, du hast auch immer die Bequirkflüge. Jermaine Dürbäuer, und Tomi Dürbäuer. Und die Bedeutung der Regis Eros ist ein Hallig für den Regis Eros. Vielen Dank. Nein, das ist scheiße. Gut, wir haben... Aber wir sind in der Saison vorbereit. Sport-Defense! Deutsche Hochzeits? Nein, nein, nein. Ja, wir sind schon mal... ...und wir haben 15 Minuten, wir haben den Glück auf. Zweite ist auch die Frau. Wir sind hier. Das ist sehr aufwendig, das ist ein Ort daran süß. Rückstieg und Einsatz Göttingen. Wenn man zum Verlag es umfängt, kann man das nicht umführen! Ein rotes Antioch! Sieben! Was ist das für die Merkel? Das liegt an der Kriste. Gibt es nicht nur noch auf den Titel? Sieben! 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 Bieter! 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 Bieter Das war's für heute. Riefer! 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 Sehr einfach! Ja, das ist kaum noch die Stimme! Riefer! 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 Dwarf Wore causiert die Daumen WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Die nächste Reihe! So lange schon! Einmal sind die Nachbarnsicht!